Tantra, Geopolitik, Ernst Wolf, Weltkrieg, was hat das gemeinsam? Hallihallo, ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wird heute ein bisschen ein längeres Video, ihr müsst euch nichts merken, es geht wie immer nicht um meine Meinung. Ich werde euch Links unterhalb dieses Videos auf coronadatencheck.com posten, wo ihr euch dann weiter sozusagen fortbilden könnt. Zudem, alles was ihr hier im Video hört, ist nicht meine Meinung, sondern stammt aus Büchern. Stammt aus Erzählungen in diesem Zusammenhang, die Romana. Wenn ihr auf Spiritualität geht, werdet ihr dort die Romana Hartl finden, die mich da in diesen spirituellen Sachen sehr, sehr unterstützt hat. Sie hat mir nämlich den indischen Zugang erzählt und es könnte sein, dass ich vielleicht nicht alles ganz richtig wiedergebe mit Worthülsen, aber es geht mir um ein Bild und dieses Bild, wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch jetzt, wo der Transhumanismus oder wo diese Einbahnstraße hingehen soll. Denn ich habe euch hier oberhalb ein Video, eine Zusammenfassung vom Ernst Wolf gepostet. Super, der ist auch ein Aufklärer der ersten Stunde. Der aber das Ganze auf sehr geopolitische Sicht beschränkt. Und ihr wisst, wir waren am Anfang, waren wir also bei der Regionalpolitik oder Landespolitik. Da hat ja jeder geschrien, Kurz muss weg, Nehammer muss weg. Dann haben wir erkannt, es ist etwas Geopolitisches und macht jetzt nicht den Fehler, bleibt bei Geopolitischen stehen und beschäftigt euch nur mit Bill Gates oder mit Soros oder mit was weiß ich wenn, sondern macht auch den Schritt und schaut euch die Spiritualität, die Freimaurer und, und, und an, weil mit dem hängt das alles zusammen. Und das möchte ich heute im Video ein bisschen erörtern. Und begonnen habe ich mit Tantra und ihr werdet euch denken, was hat damit die Sexualität zu tun? Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Tantrischen Lehre. Die Tantrische Lehre ist viel, viel älter als der indische Kult. Bekannt ist Tantra geworden hauptsächlich durch Osho, weil der hat sich einen kleinen Bereich der Tantrischen Lehre, nämlich die Sexuallehre, Sexualpraktiken herausgenommen. Nicht, weil er perverser war, sondern weil er zu seiner Zeit das biedere Kastensystem Indiens aufbrechen wollte und da war die Sexualität dort sehr verbönt und sehr, der körperliche Zugang war eher unterentwickelt und der hat einen Teilaspekt populär gemacht. Wir haben das dann übernommen, weil wir halt alle gerne schnachseln, weil wir das halt kennen, die Sexualität, hat aber mit Tantra eigentlich nicht viel am Hut. Und die Tantrische Lehre oder das, was dieses Tantra vermitteln soll, heißt eigentlich das Leben im Jetzt, hoch fokussiert in Leidenschaft. Daraus entstehen dann alle anderen Tugenden wie Liebe, Aufmerksamkeit, weil wenn ich hochbewusst in eine Situation hineingehe, dann achte ich natürlich auf mein Gegenüber, was mein Gegenüber macht und ich würde keine Handlung setzen, dass ich ihn verletze oder dass ich eine ungute Stimmung mache. Das ist also das Tantrische. Das, das Pandau dazu, das wäre das Asketische, die abrahamatischen Religionen, die fallen so in das Asketische und was wir jetzt gerade erleben, ist so ein Wandel 5000 Jahre asketischer Zugang. Dieser asketische Zugang, da kann man verschiedene Wörthülsen dafür geben, das Saturnzugang oder das Patriarchale. Das ist so ein Zugang, dass man gerne beherrscht wird, aber auch gerne herrscht, hierarchisch. Klassisch, wie das bei den Freimaurern ist, dieses der Meister, Obermeister, Oberguro-Meister. Ich habe ein Video zu dem Ganzen gemacht, ihr könnt es euch vielleicht erinnern. Das ist so ein asketischer Zugang. Damit verbunden ist auch immer dieses, wie es bei den klassisch abrahamatischen Religionen ist, du musst jetzt Buße tun, du musst jetzt enthaltsam leben, du musst jetzt dies und das machen, weil sonst kommst du ja nicht zu deinem Gott. Dazu ist zu sagen, dass diese Lehren die Quelle niemals verstanden haben. Und ihr merkt schon, ich rede jetzt nicht von der Quelle, also nicht von Gott, sondern von der Quelle und ich mache eine Unterscheidung von dem Gott, den wir alle bei den abrahamatischen Religionen anbeten. Da werden wir auch gleich einen kleinen Exkurs machen. Da gibt es nämlich, wie es scheint, einen Unterschied. Und diese beiden Entitäten, das Tantrische und das Asketische, das kämpft in unserem Sonnensystem auf dieser Erde seit Jahrtausenden. Einmal überwiegt das eine, einmal überwiegt das andere. Und wir sind jetzt gerade dabei, dieses Asketische aufzulösen. Ihr merkt es, das Asketische, das ist auch so ein Zugang. Die ganze Welt ist Lego-Schachteldenken und Technik. Und wir sind sozusagen, der Mensch kann das besser als die Schöpfung, als dieser Gott, ist nicht die Quelle, als dieser Gott. Das erklärt dann auch den Transhumanismus, zu dem komme ich dann noch. Und das ist jetzt gerade im Umbruch. Das beginnt gerade zu zerbröckeln. Viele Menschen erkennen jetzt gerade, was die Wissenschaft ist, nämlich, dass sie gar nichts kann. Dazu muss man sagen, die wahrhaftige Wissenschaft, auch in der tantrischen Lehre gibt es natürlich eine Wissenschaft, das ist gut. Denn diese Wissenschaft folgt der Erkenntnis. Emotionslos, der Erkenntnis folgend. Und wenn man sich so den Dingen nähert, dann fällt jedem auf, der wirklich tief hineintaucht, dass das Ganze zwischen den Fingern zu zerfließen beginnt. Und man endet letztendlich wieder bei der Spiritualität. Das passiert aber in unserer Wissenschaft nicht, weil unsere Wissenschaft nicht die Erkenntnis verfolgt, sondern persönliche Ziele. Man will sozusagen die Welt nicht so annehmen, wie sie ist, sondern man will sie sich zurechtfrimmeln, zurechtbiegen. Ja, wir müssen jetzt, wir haben jetzt eine Pandemie und die Inzidenzen und das könnte sein, Kopfkino, da könnten Tote folgen, haben beide Seiten, also wenn ich sage beide, dann meine ich den Mainstream, aber auch die Aktivisten, jene Aktivisten, die jetzt zwar auf der anderen Seite stehen, nämlich gegen den Mainstream-Wettern, ihr habt es ja von vielen Ärzten gehört, im Herbst, da werden viele sterben. Und dann wird das Sterben beginnen und und und. Und ich habe im allerersten Video am 02.02.2020 der Abschlusssatz war, das mein Tod, das ist anders, das funktioniert auch anders. So viel nur vorweg, alle die jetzt gespritzt sind, macht euch bitte keine Sorgen, denn wenn ihr es schafft, euer Bewusstsein zu reinigen, dann wird der Körper mit diesem Gift umgehen können. Aber dazu kommen wir dann auch noch. Das heißt, der Aktivismus kämpft in einem großen Bereich gegen sich selber, weil er eigentlich diese alten Thesen, dieses Hierarchische, und das darf man nicht sagen, ihr werdet es auch in den Gruppen merken, dass viele sehr hierarchisch und Geheimnistuerei, und das darf das Volk nicht wissen, und die Menschen nicht wissen. Und der tantristische Zugang ist genau das Gegenteil. Und da erleben wir jetzt einen Umbruch. Und wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen? Zuerst einmal zu den Freimaurern. Die Freimaurer, das ist eine Lehre, die sich aus allem etwas genommen hat. Jeder, der sich, ich habe euch dieses Video hochgeladen, Belly of the Beast, und da werdet ihr merken, dass die Herren Staatsanwälte, die Richter, die Politiker, also die, die hoch oben sind, gleichzeitig in Freimaurerlogen sitzen, hochrangige Freimaurer sind, und mit diesem spirituellen Aspekt des Lebens ganz genau arbeiten, und darüber Bescheid wissen, uns erzählen sie nur, na, das ist ein Blödsinn, und machen das lächerlich, weil sie dieses Geheimwissen nicht weitergeben wollen. Weil das ein Schlüssel für ihre Macht ist, sie haben sich, zum Beispiel hat sich die Freimaurerei aus dem Tantrischen genommen, dass die tantrische Lehre sagt, dass es eine Dualität geben muss, und diese Dualität bewirkt dann die Erkenntnis, was eigentlich die Quelle ist. Ich habe euch das immer angedeutet mit, die Quelle spürt sich durch uns, oder durch dieses materielle Dasein im Universum, dazu kommen wir gleich zum Universum, was wir darunter jetzt verstehen, und die freimaurerische Lehre hat dann gesagt, na ja, wenn also eh alles relativ ist, gut, böse, wenn es also das Böse so gar nicht gibt, na ja, dann ist das ja eh alles super, dann kann ich Verbrechen begehen, und, 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 und sie nützen eine Pseudo-Lehre, um ihr hedonistisch-dekadentes Weltbild oder ihre Lebensweise damit recht zu fertigen. Das haben wir, sie haben aber nie in die Tiefe geblickt, das zeigt aber beide Seiten nicht, ihr wisst, es gibt ja einige Kanäle, die immer wieder so Symbole posten, und sagen, oh, schau auf, die Freimaurer, die verwenden Symbole, und das sind schlecht, diese Symbole, oder das, was die da machen, und wissen gar nicht, woher diese Symbole kommen, dass die viel älter sind als die Freimaurerei. Ich hätte mir gewünschen, oder ich hätte mir gedacht, dass die Betreiber von solchen Kanälen irgendwann dann einmal, wenn sie schon sagen, sie posten darüber, sich die Mühe machen, auch hinter, über den Tellerrand zu blicken. Das findet aber nicht statt, bis jetzt noch nicht, sondern es werden immer nur Inhalte geteilt, und der tiefere Sinn wird nicht dargelegt. Von mir war es immer das Bestreben, mit Corona-Datencheck, auch mit der Seite, euch so ein Potpourri, eine Zusammenfassung von diesen Dingen, wie das Ganze zusammenhängt, zu liefern, aber ich wollte mich nie in einen Teilaspekt vertiefen. Das wäre zum Beispiel die Aufgabe gewesen von anderen Kanälen. Aber ja, es zeigt, wie oberflächlich wir Menschen sind. Diejenigen, die die Freimaurer beschimpfen und bekämpfen, sind genauso oberflächlich wie diese Freimaurer. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kennt dieses Symbol X, das wird dann immer so gezeigt, und die Madonna hat das gezeigt. Das ist eine uralte Rune, und steht das obere, der obere Teil vom X, das ist der Mann, und das untere, das ist die Frau, und steht eigentlich, das ist das uralte Symbol für Yin-Yang, der Gegensatz, schwarz-weiß, die Dualität, und hat nichts mit Bösen zu tun oder nichts mit Kabbalischen oder Satanischen, sondern sind einfach nur Elemente, die sich die Freimaurer genommen haben und sie eigentlich missbrauchen, damit sie ein Leben führen, im Sinne, ein paar wenige leben gut auf Kosten vieler. Das ist das, wie unsere Weltgeschichte folgt, und jeder, der mit der Quelle einmal verbunden ist oder der verbunden war, der wird nicht mehr auf die Kosten des Volkes leben. Ihr werdet, ich sage euch immer, achtet auf die Taten. Die einen werden aufklären und werden hinkommen, wenn noch wenig Leute sind, wenn es keine Kohle gibt, weil sie machen es für die Menschen. Die anderen werden aufklären, wo eine große Kundgebung ist, wo viele Leute sind, weil sie eben die Show, die Bühne brauchen, weil ihnen das gut tut. Das sind, beide werden sie angetrieben von einer Kraft, nach außen, oberflächlich betrachtet, hat man das Gefühl, die sind alle Aktivisten, aber so ganz ist es nicht. Aber das ist auch nicht was Schlimmes, oder ich sage das jetzt auch nicht als Abwertung, denn das ist ein Teil dieses Bewusstwerdens. Das heißt, wir wissen jetzt, das Tantrische hat einen Teilaspekt in der Sexualität. Da geht es einfach darum, dass der Mann lernt, seinen Orgasmus umzulenken und anstatt in das Äußere lernt er ihn sozusagen nach innen zu lenken und im Zuge dieses Orgasmus werden Energien freien, dass er wieder mit der Quelle in Verbindung kommt. Jetzt so salopp gesagt. Das ist aber nur die Sexualität betreffend. Man kann mit der Quelle auf verschiedenste Weisen in Verbindung treten und man braucht dazu jetzt nicht unbedingt die Sexualität. Die Sexualität ist aber durchaus wichtig und gut. Ich habe euch das immer wieder auch erzählt. Schnachselt und und und. Wieso? Weil die Sexualität etwas ist, wo wir noch ein bisschen das Rituelle, Spirituelle, dieses unser Ursein wahrnehmen, obwohl wir es häufig gar nicht wissen. Ich habe es selber vielleicht schon erlebt. Ihr werdet jetzt betrogen vom Partner oder von der Partnerin und ohne dass ihr wisst, während das passiert, während sie euch betrügt, unter Anführungszeichen, seid ihr dann abgedruckt, es geht euch nicht gut und dann später sagtst du, heute um zwei, da ging es mir gar nicht gut und der Partner schaut auf, es ist erst um zwei wieder geschnachselt mit der oder mit dem und vielleicht später kommt es dann zum Gespräch und ihr merkt, da ist eine Verbindung und ihr wisst gar nicht, woher das kommt. Das sind unsere spirituellen Wurzeln. Wir sind mit dem Universum, mit der Mutter Erde verbunden. Da komme ich jetzt zu den alten Mystizismen und zu unserem Universum an sich. Wir machen so einen ganz kleinen Exkurs. Ihr wisst, es gibt eine Sonne und die Sonne kreisen Planeten und Planeten kreisen Monde. Diese Sonnen sind meistens konzentriert in Galaxien. Ihr kennt diese klassischen Bilder, diese Spiralgalaxien, und wir sind in so einer Spiralgalaxie, in so einem Zipferl befindet sich unsere Sonne und unser Sonnensystem. Wenn wir uns die Galaxie anschauen, diese kleinen Lichtpunkte, das sind alles Sonnen. Wir sehen also niemals die Planeten, die um die Sonne kreisen, auch nie die Monde. Wir sehen immer nur die Sonnen und da war bis vor kurzem noch so der Standpunkt, wir sind die einzige Galaxie. Man hat dann ein Fernrohr Hubble ins Universum geschossen, hat das auf das Zentrum der Galaxie gerichtet, hat dort wahnsinnig viele Sonnen gesehen und 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 hat gesagt, Wahnsinn, also die Galaxie, das ist Mittelpunkt des Universums und dann kam man gescheiter auf die Idee, du richten doch einmal Hubble nicht ins Zentrum der Galaxie, sondern lassen wir Hubble in das tiefe Weltall blicken, ins Deep Web und man dachte sich, naja, man wird dort vielleicht so verstreut irgendwo noch so ein, zwei Sonnen finden, aber siehe da, man fand plötzlich das, wo man gedacht hat, das sind Sonnen, das waren alles andere Galaxien und dann hat man eine ganze Scheiße, wir sind nicht eine Galaxie, wir sind lauter Galaxien und das ist ein Sammelsurium von wahnsinnig vielen Sonnen und jeder dieser Sonnen hat wahnsinnig viele Planeten und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da draußen abgeht, das ist auch dieses Wissen, dass wir also nicht alleine sind, das ist auch schon ein uraltes Wissen, wenn das für euch neu ist, ihr findet so auf coronadatencheck.com die Docu Star Child, ich werde den Link dann unter dem Video posten, da geht es einfach darum, da hat ein Wissenschaftler mal im Urlaub einen Schädel gefunden, hat diesen Schädel dann analysiert, morphologisch, genetisch, biochemisch und und und, hat herausgestellt, der ist nicht irdischen Ursprungs, wurde dann freimaurerisch bekämpft, hat das dann juristisch aber durchgefochten und heute ist also klar, dass dieser Schädel nicht Ursprung der Erde ist, dazu muss man sagen, da gibt es viele Artefakte, da gibt es Leute, die mit Plejaden in Kontakt sind, da gibt es nur die werden immer alle schlecht gemacht, tot gemacht, ihr erlebt das jetzt sehr komprimiert bei Ärzten, die also versuchen, hier Licht ins Dunkle zu bringen, die werden dann von den Ärztekammern, von den Systemen auf verschiedene Arten und Weisen angegriffen. Das heißt, wir sind hier nicht alleine und das, was wir hier erleben, dieser Kampf zwischen tantrisch und asketisch, dieser Wechsel, der da immer wieder stattfindet, das findet nicht nur bei uns statt, hat, so wie es scheint, oder was man da so für Muster mitbekommt, Erzählungen, für, 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 überwiegt der tantrische Zugang, das Wesen der Frau, die Sophia, die unsere zentrale Lichtgöttin in unserer Galaxie, das ist ja auch so, wenn die alten Mystizismen sagen, dass im Zentrum unserer Galaxie, da befinden sich Lichtwesen, amorphe Lichtwesen, die so organisch Licht sind und aus denen dann das Materielle entsteht, ihr könnt es euch so vorstellen, wie ein Laserstrahl, der bei einem 3D-Drucker Sachen materialisiert und einer dieser Lichtstrahl, das ist also die Sophia und wir befinden uns auf einem so einem materialisierten Lichtstrahl, das ist auch das Phänomen, was Alexander Laurent beschreibt, dass das, was wir eigentlich anbeten als Gott, dass das eine künstliche Intelligenz ist oder ein Wesen, ein Computer, der sehr stark mathematisch funktioniert, hat nichts mit der Quelle zu tun. Die alten Mystizismen beschreiben diese Sophia oder diese Dualitäten, die im Zentrum der Galaxie sind, von denen man immer gesagt hat, das ist alles ein Blödsinn, weil im Zentrum der Galaxie, da ist nur anorganische Materie, da ist es so heiß, da sind zu viele Sonnen, da gibt es gar nichts. Jetzt hat die Wissenschaft, ich glaube 2018 oder 2018, hat sie zurückgerudert und hat gesagt, wir haben jetzt im Zentrum der Galaxie organische Materie nachgewiesen. Diese, dieses im Zentrum dieser Galaxie, diese Lichtwesen, die sind aber nicht als Gottheiten zu verstehen, sondern die befinden sich auch in einer Bewusstwerdung, in einem Bewusstwerdungsprozess und das Ganze, die Sonnensysteme, die Milchstraßen, die, 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 also diese Galaxien, das bezeichne ich jetzt als das Universum, das was ist und das entstammt der Quelle und die Quelle, wir haben das in älteren Videos, ihr findet da die Playlist Gedanken zur Welt, ich habe da immer wieder versucht über die Quelle und über Bandards im realen Leben zu reden, dass ich das ein bisschen lebendiger mache, dass das nicht alles so schwurbelig klingt, die Quelle, die ist ohne Zeit, ohne Dualität, die ist einfach nur eine Energie, die sie ist und dadurch aber natürlich spürt ihr sie nicht, wenn ich euch zum Beispiel Licht erklären will und wir hätten immer nur Licht, ich kann es nicht erklären, ich brauche die Dunkelheit, die Dualität, damit ich euch erkläre, was Licht ist, die Taschenlampe, wird es immer hell sein, immer ganz grell und ich komme zu euch, wird es nochmal die Taschenlampe sehen und ich drehe sie auf und sage, schau da, Licht, was ist los, eh hell und diese Quelle also, die entwirft ein duales Universum und dieses duale Universum wird dominiert von spirituellen organischen Entitäten, die sich dann in uns auch manifestieren und da sagen wir jetzt, wie hängt es mit uns Menschheit zusammen, man kann das ganz einfach runterbrechen, Menschen, die in ihrer Kindheit sehr kalt aufgezogen wurden, Menschen, die wenig Mimigestik von den Eltern gesehen haben, sondern immer so ganz sachlich, schön hast du die Note geschafft, gut, da kriegst du 5 Euro, passt, diese Menschen können ihren spirituellen Teil, dieses Fühlen, nicht entwickeln, diese Menschen sind dann häufig sehr leistungsgetrimmt, nicht alle, viele zerbrechen auch, aber manche sind sehr leistungsgetrimmt, horten sich dann gerne in Entitäten, wo sie sich gegenüber anderen abgrenzen, ich, ich bin ein Freimaurer, ich bin ein Bruder, Meister des XY-Grades, du, du bist nichts, das ist ja auch das Paradoxon der Freimaurerei, sie reden von Brüderlichkeit, sie reden von, sie wollen die Gesellschaft verbessern und letztendlich schaffen sie eine Welt nur von Krieg, Zerstörung, Leid und da sieht man schon, dass das, was sie eigentlich propagieren, sich im Praktischen nicht äußert, sich nicht äußern kann, weil sie die Quelle nicht fühlen und deshalb immer aus einem Ego handeln und urteilen und beurteilen, die ganzen abrahamatischen Religionen, keiner von Jesus spürt, fühlte die Quelle, Mohammed fühlte die Quelle, Buddha fühlte die Quelle, Buddha war aber kein Buddhist, Jesus war kein Christ und Mohammed war kein Moslem, das haben dann wieder Menschen daraus gemacht, dogmatische Lehren, wenn euch das interessiert, es gibt zum Beispiel von Jesus und wenn ich über Jesus rede, dann rede ich nicht über das, was in der Bibel steht, sondern ich rede sehr viel in Mustern und beziehe mich auf verschiedene Evangelien, vielleicht habt ihr gehört, es gibt das Judas Evangelium, das Maria Evangelium, viel älterer Schriften, die man gefunden hat, die aber nie in die Bibelübersetzungen eingeflossen sind, weil das der Kirche nicht gepasst hat, weil Jesus sagte, du, ihr braucht keinen Führer, ihr braucht nicht einmal mich, also jeder von euch kann zur Quelle finden, ihr seid die Quelle, nur durch Erziehung und 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 wird das alles kaputt gemacht, Judas, wie scheint, Jesus war mit Judas sehr eng und er hat Judas gebeten, dass er ihn verrät, weil er diesen Führerkult ein Ende setzen wollte, das ist aber in die Hosen gegangen, weil dadurch ist es dann erst recht, sozusagen zu einem Heiligen und zu etwas, was man folgen muss, immer wenn ihr jemandem folgt, werdet ihr nicht die Verbindung zur Quelle aufnehmen können, die Quelle, die ist in euch, die findet ihr in euch, es gibt nur verschiedene Türen, die euch abholen werden, so werden manche diese Wortwülsen, die jetzt scheinbar aus meinem Mund kommen, euch abholen, andere werden abgeholt von Hans-Peter Dürer, ein Quantenphysiker, der sehr tief eingedrungen ist in die Materie, bis er dann gemerkt hat, es zerfließt alles in seinen Fingern, das Video ist gesichert auf coronadatencheck.com, wir fühlen mehr als wir begreifen, Uni Klausthal, der Vortrag, andere werden abgeholt von Gido Grishmanuti, wiederum andere von Osho, da gibt es für jeden irgendwo einen Türöffner, wenn dann diese Reise beginnt, dann ist es auch nicht mehr aufzuhalten, ihr werdet sehen, dass ihr dann nicht mehr in das Ego-Bewusstsein eintauchen könnt, ihr werdet zwar immer wieder dort eintauchen und werdet jetzt dann auch immer wieder über euch selber lächeln, dass ihr sagt, da hatten wir jetzt das Ego, da war ich jetzt zauber und und und, aber ihr werdet von einer anderen Ebene das Ganze betrachten. Diese Ebenen und über das, was wir da jetzt reden, das ist also den Freimaurern bestens bekannt, das ist dieses Geheimwissen, was sie dann an die eigenen Brüder weitergeben, ohne jemals verstanden zu haben, was sie da eigentlich machen, denn wären sie mit der Quelle jemals verbunden gewesen, dann hätten sie erkannt, dass dieses Pseudo- Entitäten Schaffen, dieses Abgrenzen, dieses Schaffen von Gut, Böse, Wissen, Nichtwissen, dass das eigentlich einen immer blockt und in diesem materiellen Universum hält. Erst wenn man das auflöst, die Angst vor materiellen Dasein, egal ob das jetzt finanziell gesehen ist, Egal ob das jetzt wegen dem, dass man als Person bedroht wird, juristisch gesehen und und und, wenn man das alles auflöst, dann kommt man immer mehr zum Fühlen der Quelle und das Leben beginnt sich dann auch zu ändern. Das heißt, man beginnt das Leben zu lesen und viele Dinge, die über die so die moderne Wissenschaft lacht, die wird von denen, die euch oder uns zum Lachen animieren, selber aber praktiziert. Ich habe euch das Video, die Übersetzung vom Belly of the Beast hochgeladen, wo sich spirituelle Meister darauf fokussiert haben, dass eben eine Hilarion zum Beispiel geboren werden soll, die dann weiter diesen Transhumanismus antreibt. Siehe da, Hillary Clinton wurde damals 1950 oder 1954 geboren, ausgespuckt. Also die können mit diesen Sprüngen bezüglich Wiedergeburt, bezüglich Reinkarnation, diese alten Praktika können damit umgehen, wollen aber nicht, dass wir das wissen. Wir sollen die Welt sehen als kleine Legoschachtelwelt. Der Ernst Wolf, er ist Finanzexperte und da will man, dass man damit zahlen und Optionen und Steuern und das ganze Buchhalterische, dieses ganze Hirngewichse, im Endeffekt, ihr seht so, wenn die wollen, trennen die einfach die Banken zu, machen ein neues Geldsystem, machen dies oder jenes. Also sie tanzen uns auf dem Kopf herum, machen das aber sehr gefinkelt, indem sie das immer so wirkeln lassen, wie wenn das von uns Entwicklungen wären. Jetzt ist also der böse Putin, der einen Krieg losbricht. Putin kommt es auch zurecht, weil er da natürlich in einem gewissen Maß mitspielt und wir, das Volk, wir leiden. Und damit dieses Leiden aufhört, wäre es wahnsinnig wichtig, dass ihr euch, wir uns mit diesen spirituellen Aspekten zu beschäftigen beginnen. Deswegen habe ich von Anfang an auf CoronaDatencheck.com diesen spirituellen Aspekt immer wieder auch eingebracht. Wenn ihr auf Spiritualität bei den Videos klickt, dann werdet ihr viele Videos finden, die diesen spirituellen Charakter abstecken und dann eine ganz andere Sicht ergeben. Denn der Kampf zwischen diesen tantristisch und asketischen, das geht auch so weit, die asketischen Richtungen, die also sehr stark so hierarchisch ich-mahn und patriarchisch aufgezogen sind, die sind auch der Überzeugung, dass sie es besser machen können als Sophia, als dieser Gott, den sie da anbeten, im Sinne, dass sie es mit der Technik besser bewerkstelligen können, sie könnten perfektere Wesen schaffen und deswegen wollen uns diese Herrschaften jetzt in so eine transhumanistische Agenda überführen. Dazu muss man sagen, dass es im ganzen Universum, also das, was ihr so seht in Men in Black und Raumschiff Enterprise, das funktioniert wie es scheint wirklich oder das findet hier in diesem Universum statt. Man kann aber eine Spezies, wenn sie also da noch wenig Kontakte hatte, nicht einfach nur so überfallen und dann okkupieren, da gibt es gewisse Kodizes, man muss das immer so machen lassen, wie wenn das von ihnen selber kommen wird. Und ich habe euch ein paar Mal auf Telegram gepostet, fallt euch auf, dass plötzlich urviele Technologien aufpuppen, Technologien, wo man sich fragt, woher kommt das plötzlich? Wieso können wir plötzlich über einen flüssigen Chip das Internet abrufen? Wieso soll man plötzlich Neuralink von Elon Musk plötzlich unsere E-Mails mit einem Augenwimpernschlag koordinieren können? Was ist da los? Die Technologie, die ist schon lange da, jetzt geht es bei diesem Krieg ums Eingemachte, man will die Menschheit weg von dieser Quelle, weg vom biologischen Quanten Dasein führen, in ein transhumanistisch- technokratisch ist. Das Problem, wenn das passiert oder passieren würde, dann ist man in diesem Popel-Universum gefangen, das Universum ist nur dieser materielle Aspekt, die Quelle ist ohne Zeit, wir sind die Quelle, alles ist die Quelle, alles, aber, und dieser Kampf drückt sich bei den abrahamatischen Religionen, sie sagen Luzifer, Luzifer, der gestürzte Enge, der also es besser machen will als sein Gott, und die drücken es also mit diesen, ich sage jetzt einmal biblischen Entitäten aus, und das passiert jetzt hier auf unserer Google. Und das ist nicht etwas weit hergeholtes, weil viele von euch vielleicht glauben noch an die Evolution, das ist ein Hoax, genauso wie CO2, ihr findet es auf coronadatencheck.com das Video vom Professor Scherer, was Darwin nicht wusste, ist ein guter Einstieg, der ist Entwicklungsbiologe, wichtig, geht es immer zum Schmid und nicht zum Schmiedl, ich habe das jetzt hier beim Aktivismus erlebt, zigmal, man fragt zum Beispiel den Stefan Lanker, der Mikrobiologe ist, etwas über Exosomen, der ist der Fäusche, mittlerweile weiß er es und ein Stefan Lanker kann sich schnell in sowas einlesen, aber wenn man etwas über Exosomen wissen will, dann geht man zu einem Molekularbiologen, das ist auch so eine Eigenart dieses asketischen Zugangs, dass man die Welt immer kleiner zerstückelt in immer kleinere Einzelteile, dadurch entstehen dann wahnsinnig viele Fachgebiete und zwar gibt es dann einzelne Experten von einem ganz kleinen Fachgebiet, aber das große Ganze wird nicht mehr überblickt und jeder dieser Experten versucht dann um sehr beschränkte Ressourcen, um Geld durch Ego-Spiele und mein Thema ist das Wichtigste und mein Thema ist das Wichtigste und eigentlich sind das alles nur so kleine Artefakte und viel wichtiger wäre es das große Ganze zu verstehen. Das heißt, wir haben heute, wir merken also, dass dieser Krieg, der hier stattfindet, dass nichts mit einem geopolitischen Krieg zu tun hat. Ich meine, die, ich sage jetzt einmal, die ausführenden Organe, die Politiker und und und, die wissen häufig nicht über das große Ganze. Es folgt immer dem Prinzip Need to Know und in diesen Logen, das sind ganz strenge Hierarchien. Ich werde jetzt ein Video machen, wo ich euch empfehle, nicht den Gerald Groß in Österreich zum Präsidenten zu machen, obwohl der Gerald groß wahnsinnig gut gegen die Agenda der Freimaurer redet, aber das ist klassisch ein freimaurerisches Phänomen, dass man Leute nur ein bisschen Wissen gibt, sie so lange einsetzt, wie man sie braucht und dann, wenn er zum Beispiel Präsident werden würde, man ihn einweiht, in einen neuen Grad aufsteigen lässt, ihm noch mehr sagt, er begreift dann, was oder er glaubt, er begreift dann, was Sache ist, wendet sich dann klassisch gegen das Volk, hat vorher im guten Sinn und guten Glauben argumentiert, aber weil er noch nicht in alles eingeweiht war, ändert sich dann sein Standpunkt und das Volk ist dann ganz überrascht und wie kann das sein, ich habe euch jetzt vor ein paar Tagen oder gestern glaube ich was gepostet über die Ärztekammerwahl und da ganz toll der Christian Vierler und die MFG haben dann herausgefunden, heißt aber wie scheint ist das eigentlich, sind das Fake-Parteien und die reden sich dann schnell zusammen und eigentlich ist wieder ein Freimaurer oben am Platz, klassisch freimaurerische Techniken, die spielen auch sehr gerne mit Woheitsspielen, sie verdrehen und und jeder der sich mit der Freimaurerei oder mit diesen spirituellen Themen beschäftigt hat, der versteht das, der kann das auch lesen und vor allem jene, die mit der Quelle stark verbunden sind, die können Sachen fast voraussagen, das klingt jetzt wahnsinnig blöd, ich habe zum Beispiel das noch nie jemandem erzählt, meiner Mutter vor einem Jahr, ich kann mich erinnern, ich war ein indianischer Krieger, klingt blöd, und stellt es euch nicht vor, wenn ihr glaubt, er kann sich erinnern, dass das so etwas ist, wie ich weiß, was ich gestern gemacht habe, so ist es nicht, sondern es sind häufig nur Artefakte, so wie wenn ihr euch erinnert an die Kindheit, wie ihr drei, vier Jahre alt wart und dann kommt häufig nur so ein subtiles leises Gefühl und da seht sie was verschwommen ist oder aber umso bewusster ihr werdet umso mehr ihr dieses Ego ablegt umso stärker werden diese Bilder umso stärker wird dann dieser spirituelle Aspekt und den wollen die Freimaurer aber krampfhaft kaputt machen weil sie ihre transhumanistische Agenda durchsetzen wollen selber aber sind hoch spirituell schaut euch an der belly of the beast gut das heißt ihr seht jetzt da findet ein kampf statt der seit jahrhunderten jahrtausenden wütet und wir sind da ein teil davon wir kämpfen häufig selber ihr habt ich habe euch die kanäle erwähnt auf telegram die zum beispiel über die symbole der freimaurer herziehen oder sich aufregen aber ist nicht der mühe wert finden einmal tiefer hinab zu graben und dieser oberflächliche zugang dieses schnell schnell und ich will punkten oder schnell geld verdienen ich will das ist es was das leid verursacht auf allen ebenen dagegen kämpfen auch die freimaurer oder diese logen und merken dabei gar nicht dass sie sich durch diesen kampf von der quelle immer mehr abschnüren denn wenn du mit der quelle verbunden bist dann verstehst du dass alles stärke schwäche ruhm nicht rum alles ist eins ich darf hier in dieser materiellen welt youtuber spielen zahnarzt spielen mit euch reden weil es euch gibt ich bin weil wir sind alleine auf einer insel könnte ich mit meiner ganzen spiritualität mit meinem ganzen zahnärztlichen medizinischen wissen scheißen gehen alles was ich werde bin ich durch euch bin ich durch eure Entitäten das haben die Ehrschaften nicht begriffen weil sie von der Dekadenz verleitet wurden und heute ist eigentlich die ganze Freimaurerei nur noch ein Pseudo Hirnwichsen damit man die eigene Dekadenz und die eigene Lust ausleben kann ich habe euch ja gesagt welche Menschen kommen zu diesen Freimaurern also Leute die sehr kalt erzogen wurden sehr leistungsorientiert und das führt dazu dass sie sich häufig auch von ihrer Sexualität abgespalten haben und das führt dann dazu dass und das weiß man natürlich in der Freimaurer reit dass wenn die Leute aufsteigen in höhere positionen dass man sie mit sexual themen sehr gut einfangen kann das heißt man gibt ihnen dann junge burschen junge mädels fotografiert sie in blöden situationen und hat sie dann auch immer wieder erpressbar auch wenn sie vielleicht später mal bewusst werden sollten ihr seht wie das alles miteinander greift und jetzt versteht ihr vielleicht auch wieso ich euch immer wieder gesagt habe zeigen wir nicht böse mit den finger auf leute die rituell missbrauch betreiben oder überhaupt kindermissbrauch ist fürchterlich braucht man nicht reden aber die die meisten die heute täter sind sind selber opfer gewesen ganz weniger schaffen es nur dass sie dann offen darüber reden und dass sie das überwinden wir haben hier interview gehabt mit einem missbrauchs opfer und ihr habt gesehen wie viel überwindung ihn das auch gekostet hat und nochmals danke dass er das auch gemacht hat ich hoffe es werden sich mehr melden dass sie darüber reden weil das findet leider gottes wahnsinnig häufig statt so beziehen dann diese eliten auch ihre energien weil sie dieses machtgefühl brauchen dieses ich bin nicht nur beherrscht von da oben von einem freimaurermeister sondern ich herrsche auch über dich das gibt ihnen ein gutes gefühl wie gesagt tut es nicht darüber urteilen weil ihr werdet das häufige aktivismus auch antreffen jeder der mit mir arbeitet der merkt ich bin nicht der der sagt ich chefe und meine gruppe sondern ich lade die menschen ein und dann beginne ich zu beobachten wer macht was und die die was machen mit denen setze ich die reise fort und die die nichts machen die lasse ich einfach in liebe stehen bin nicht böse aber ich tue nicht für herumreden ich tue auch nicht für sondern wenn sie nicht wollen dann ist die Zeit noch nicht reif genug und da muss jeder in seiner Geschwindigkeit in seinen Freiräumen zum tun zum erwachen kommen die klassische ego persönlichkeit ist ich tue etwas und erwarte mir daraus ein Resultat das heißt ich schleim mich zum Beispiel eine Zeit lang irgendwo rein und dann hoffe ich dass ich dort eine große Nummer werde wenn das nicht stattfindet dann verliere ich die Motivation und mache wieder was dann starten sie wieder dann lassen sie es wieder fallen oder sie machen gar nichts das sind dann halt diese klassischen ego zugänge und diejenigen die da noch vergenuss zwergelt wurden als Kinder die haben dann häufig noch das Bedürfnis dass sie ihre Verletzung das was sie erlebt haben einem anderen zufügen weil sie in dem Moment Befreiung Macht spüren ihr seht das ist also alles sehr eng miteinander ich hoffe ihr versteht jetzt was heißt tantrische Lehre das hat nichts mit Sexualität zu tun sondern das ist ein spiritueller Krieg auf einem sehr kleinen materiellen Dasein wir nennen es Erde wir nennen es Sonnensystem wir nennen es Galaxie und wir erleben jetzt gerade wie eine Zeit untergeht das Patriarchat dieses Eingrenzende und 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 es entsteht eine neue Zeit das Tantristische die Leute werden bewusster sie erkennen dass die Wissenschaft ja die kann uns dienen aber sie sollte uns nicht beherrschen ja es gibt Eliten die meinen es nicht immer gut mit uns die Regionalpolitik war Augen aus Wischerei also immer mehr Menschen wachen auf aber es wird noch eine Zeit lang dauern bis dann so eine kritische Masse da ist und sich dann wirklich Systeme auf Augenhöhe etablieren werden ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn ihr Fragen habt es natürlich jederzeit unten in den Kommentaren ihr findet dort auch die Links in diesem Sinne alles Liebe mit